Okay, Leute, wir machen weiter hier bei Jedi Academy in dieser verschneiten Ödnis, wo alles leckt. Warum auch immer jetzt gerade, äh, vielleicht, ja, es hat aufgehört. Schön, schön, schön. Okay, wir haben hier beim letzten Mal, als wir aufgehört haben, irgendwelche komischen Tiere rumlaufen sehen. Hier die. Ey, ja, Polygon-Tiere. Ey, wieso leckt denn das jetzt? Dumm. Also, kann ich mit denen nicht... Hallo, ich kann nicht lenken mit denen. Oh, Moment, ich will da runter. Ja, geh doch, geh doch, geh doch. Ja, jetzt habe ich das Tier getötet. Und das auch. Und das auch aus Versehen. So. Okay, ähm, ich frage mich, warum es so leckt. Ich hoffe mal, dass es nur an den Partikeln liegt, die hier die ganze Zeit rumfliegen, weil dieser Schnee unbedingt ja sein muss. Der Jedi ist nicht entkommen, der ist, äh, entkommen. Hä? Okay, mh, wo ist das Tier? Eins habe ich noch leben lassen, oder? Dumm. Ich habe alle getötet. Egal. Nicht schlimm. Muss mich gerade ausweisen hier. So, ja, nimm doch das Schwert in die Hand. So, beide weggezogen. Was machst du denn da? Ah ja, merkt jemand geschrieben, ich könnte diese Dinger hier auch benutzen. Ja, cool. So, was hätte ich mal vorher wissen müssen. Dann hätte ich die nicht direkt kaputt gemacht. Jeder weg? Hallo, wie komme ich da weg? Hallo? Ich komme hier nicht mehr weg. Äh, ja? Hallo? Heilung? Äh, pfff. Wie kann ich hier dieses Ding verlassen? Ja, äh, okay. Ich drücke jetzt einfach hier jeden Knopf, der hier irgendwie auf der Tastatur zur Verfügung steht. Irgendwie werde ich da noch wohl wegkommen. Höllengerät. Höllengerät. Bam. Ach, dann bleibt halt Leben. Ist mir auch egal. So, wir gehen mal da lang. Mal sehen, mal sehen. Ah, jetzt hört es auch. Achso, ich sehe gerade hier. Anpfiff auf Schalke und Bremen. Schalke, Bremen, jetzt wisst ihr also, wann ich das Ding aufkomme. Wach? Wieso sehen die hier alle so dumm aus? Schaut euch das mal an. Ah! Es kommt! Es kommt! Es kommt! Es kommt! Stirb! Stirb! Ah, mit seinen riesigen Franken haut er mich! Ah, was soll ich denn machen? Ich habe nichts. Ich kriege ihn nicht kaputt. Ich kann ihn nicht töten. Ey, guckt euch das... Ja. Bah, Junge. Ekelhaftes Drecks hier mit. Der lege ich mich nie wieder an. Ich nehme jetzt schnell die Geschwindigkeit und laufe hier schnell durch. Nachdem ich das Versteck gefunden habe. Natürlich. Bah, wie ekelhaft dieses Ding aussah. Bah! Und so groß und es ging nicht kaputt. Also doch, es ging kaputt. Ich habe mir den Arm abgeschlagen, aber... Das... Ne? Genau. Ey, und irgendwie... habe ich hier ein riesiges Polygon-Problem. Weil irgendwie alles... Die ganzen Texturen, die Model-Texturen und so, die sind alle irgendwie total am Arsch. Aber ist mir egal jetzt. Jetzt gucke ich, dass es in der nächsten Aufnahme... Äh... Weg ist. Und wenn ja, dann ist das cool. Und wenn nicht, ist das nicht cool. Oh, die Dinger laufen schon wieder weg. Okay, dann Würgegriff. Ja. Bring ihn um. Danke. Was ist das denn da? Kann ich das kaputt machen? Scheinbar ja. Okay, gleich hole ich mir so ein Ding mit. Moment. Kann ich mir nicht so das Genick brechen? Nö, ne? Doch. Hahaha. Schön. So, du sollst einen anderen Weg finden. Den finden wir schon. Okay, hier sind wir, glaube ich, falsch. Hm. Hm. Moment. Hier kannst du aber mal absteigen, ja? Ja, vielleicht auch nicht. Warte. So. Okay, da müssen wir irgendwie hoch. Vielleicht kommen wir hier lang. Nö. Da drauf. Und jetzt da drauf. Nö. Och, ich liebe es, wenn ich nicht weiter... Stopp. Ich liebe es, wenn ich nicht weiter weiß. Ach, dann sind wir hier auf jeden Fall falsch. Und falls nicht, hab ich Scheiße erzählt. Hm. Okay. Dann gehen wir mal da hinten lang. Aus irgendeinem Grund, wenn ja auch diese komischen Pferde oder Dinger rumstehen. So, da kamen wir her. Dann gehen wir mal da lang. Kann ich hier nicht umlaufen? Oh. Haha. Ja, schön. So geht's doch. So lässt es sich spielen. Bam. Och. Ach, ich merke schon. Das ist so geil, was ich hier mache. Ich bin einfach zu blöd, um vom Pferdchen aus die Typen hier zu töten. Ey, wieso leckt das? Ich habe das Gefühl, dieses Spiel leckt von Mal zu Mal mehr. Ja gut, dieses Spiel ist allerdings schon sieben Jahre alt. Das kann man mal verstehen, dass ein moderner Rechner, beziehungsweise eine völlig ausgebaute Hardware, die aber dann abgestimmt ist, mal leckt. Natürlich. Selbstverständlich. Wow. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Da will ich nicht hin. Genau das. Ja. Ey, ich muss den irgendwie kaputt machen. Wie mache ich den kaputt? Ich brauche so ein... Dieses Ding da hinten würde ich haben. So. Ja, geil, daneben. Kann ich im wenigstens... Boah, Maske kaputt, Maske kaputt, irgendwie. Warte, 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 noch nicht. Ich laufe auf die Miene. Ah, nicht ich. Hilfe, Hilfe. Ich habe die Kontrolle verloren. Und meine Maus ist am rumspinnen. Ja. Ja, ihr seht jetzt gerade, meine Maus meint mal ein auf rumspinnen. In den Holo-Videos sah das immer anders aus. Das Wetter hier muss eisig sein. Ey, 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 ah! Ich habe die Orientierung verloren. Halt, Hilfe, Hilfe. Bring ihn um! Ah! Hilfe, ich schreibe genauso wie er. Was ist denn hier los? Mach ihn doch kaputt. Zieh ihm die Beine weg oder so. Ey, wie komme ich da durch? Hallo? Ja. Geil. Geil! Kannst du mal zufällig was richtig machen? Ja. Prallt einfach alles ab. Ja, öh! Super! Was denn jetzt? Hat der mich jetzt getroffen? Ja, hat er. Okay, wartet, wartet, wartet. Das haben wir gleich. Hoffe ich. So, das hier in die Hand nehmen. Komm! Auch wenn ich danach wieder... Oh! Oh, ist er! Ist er kaputt, ist er kaputt? Ah! Ich werde schon wieder angeschossen. Ja, auf einmal kannst du auch weg da, ja? Mhm. Logo. So. Huh! Das war uncool. So, da würde ich jetzt gerne durch. Oder da? Pfff! Wer steht denn da alles? Naja, da müssen die halt alle sterben. So. Kann ich da hoch? Ja! So, alle mal hier rum und... Bam! Komm her! So. Huh! Was war das für ein riesiger Apparat da gerade? Ach, schön. Wenigstens kein Schnee mehr. Vorerst. Ey, Jayden, du bist so dumm. Ich glaube, er macht's extra. Er haut einfach bei jedem Ding vorbei, wo geht's. Ja, falsch, falsch. Richtig. So. Ja, ich weiß, ich hätte nicht stehen bleiben müssen. Hab ich aber jetzt getan. Oh mein Gott. Und ich werde gleich direkt mal gucken, was ich hier mit diesen Grafikeinstellungen habe. Warum die so am Rumpf spacken sind. Hier, stirb. Komm. Geh drauf. Danke, tschüss. So. Dann du weg. Und dann du weg. Und hier war was Grünes. Oh mein Gott, dieses Spiel, das geht mir an die Materie. Holy shit. So, mal hier gucken. Da ist nix. Da vielleicht. Da. Mal drücken. Was hab ich gemacht? Was explodiert denn hier? Hier ist auch noch was. Auch mal drücken. Gut, wir haben auf jeden Fall eine Tür entriegelt. Nur noch gucken, welche. Was ist hier? Die kann ich mit der Macht kaputt... Ach so, genau. Ich sollte auch mal die Macht einsetzen. Das Machtgespür. Mir jemals geschrieben. Weil dadurch sehe ich Gegner. Also mach ich jetzt das Gespür an, wenn ich's irgendwo hab. Da. Gut, hier ist nix. Das sieht aus wie das Auge der Wahrheit hier von, äh, äh, Zelda. Ocarina of Time. So, komm ich da runter? Fahrzeug. Ach, Fahrzeug. Fahrstuhl holen. Gott, ich hab heute echt Probleme mit meiner Sprache. So, runter. Oh, cool. Ich dachte... Naja, komm, nimm mich mit. Scheißegal. So, schnell heilen. So, hier bestimmt. So, hier ist auch noch ein Ding. Bam. So, hier, die Tür haben wir aufgemacht, glaub ich. Die war's. Sag mal, bist du... Ey, ich... Sag mal ehrlich, ich stell mich echt dumm an, oder? Dass ich mit diesem Lichtschwert nix treff. Toll, wieder Schnee. Guck euch das mal an, das kann doch nicht wahr sein, dass ich jeden Gegner verfehle. Oh, ey. Hier, tschüss. Hier, du auch. Tschüss. Ey. Ich hasse Pflichtmissionen. Aber eigentlich sind alles jetzt Pflichtmissionen, oder? Also nicht direkt, aber halt quasi. Ja. Hm, hier ist nix. Okay, da sind wir hergekommen. Okay, dann gehen wir da lang. Da ist die Tür. Sind wir hier hergekommen? Nein, hier sind auch Gegner am Leben. So. Ey, ich... Dieses Lecken, das gibt mir so derbs auf die Nüsse. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich weiß auch nicht, warum es leckt. Keine Ahnung. Ich habe keinen anderen... Ach, egal. Egal. Ich sag jetzt einfach mal, beim nächsten Part ist das nicht mehr. Und wenn doch, dann habe ich gelogen. Und wenn nicht, dann... Habe ich dir weit gesagt. Ja, genau. Ich wollte dich kaputt heilen. Oh. Komm, ey. Komm. So. Dieses... Boah. Guck dir das mal an. Das sieht aus wie so ein Zeichentrickfilm, diese Figuren. Ja. So. Da sieht, äh... Kontrollpunktmäßig aus. Was? Er will schon wieder am Rumspinnen. Da kann ich aufladen gehen. Und sogar auf 100%. Komm. Was war das denn? Habt ihr das gesehen? Guck mal. Na, egal. Guckt einfach nachher. Ja, ja. Schießt mich ruhig in den Rücken. Das ist kein Problem. Ne, ist schon in Ordnung. Wieso machst du auch die Tür nicht zu? So. Ach. Wir brauchen schon Heilung. So. Ja, ja. Genau. Hier fährt... Guckt, ey. Wie die aussehen. Ich gucke mir gar nicht die Grafikeinstellungen an einem, was hier so dumm ist. Der Jedi ist entkommen. So. Ja. Danke. Hey, jetzt hier ist schon wieder... Wir sind schon wieder in der Schnee. Scheiße hier. Oh, nee. Da kommt einer. So. Einfach hier alle umbringen. Und dann... So. Hey, das macht Spaß. Ah! Ah! Ja, genau. Genau. Vielleicht sollte ich den Signalen weiter folgen. Könntest du tun. Und ich gucke auf die Uhr. 11.50 gleich 12. Irgendwie logisch, oder? Wer schießt denn da schon wieder? Och, ist hier schon wieder so ein großer Roboter? Ei, 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 ei. Ey, wer schießt denn da bitte? Achso, das ist nur so ein Ding. Warum bewacht denn jemand diesen Schrott? Ja, wirklich. Hallo? Ja, sorry, dass da ein ungefähr 30 Zentimeter hoher Absatz war, dass ich da auf Springen drücken muss. Ja, mhm. Genau. Ja, ja, dann. Ey, Junge. So. So. Alles klar. So. Also, das war schon mal kein Versteck. Das war also scheinbar... Ups! Ah! Also, ich weiß, sie mussten wir hierher nehmen. Ich hab das nur durch Zufall gefunden. So. Okay, wir sind aber fast... Ich finde heraus, was die Truppen der Hinterbliebenen in der Echo-Basis tun. Was auch immer die Echo-Basis ist, aber wahrscheinlich sind wir gerade drin. Okay. So. Äh. Genau. Schön, wir laufen durch den Gully. Finden sie aber... Ja, 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 Echo-Basis. Bla, bla, bla. Hallo? 13 Minuten. Hier, hier redet irgendwer, aber ich weiß nicht wo. Äh. Hier? Ja. Nimm das Ding, nimm das Ding, nimm das Ding! Lass dir ruhig Zeit, ist kein Problem. So. Ihr kommt doch bestimmt jetzt da durch. Hier, warte, bis ich die Tür aufmache, ne? Oh. Geiles Timing, geiles Timing. Genial. Nimm das Ding doch einfach, ey. Wie dumm sich dieser Typ anschaut. Dümmer als ich. Ich nehm die Einrichtung jetzt hier auseinander, was los. Leute, ich mach hier erstmal einen Schnitt. Das hat irgendwie gar keinen Sinn hier. Irgendwie leck diese Scheiße total dumm rum. Vor allem wird's immer schlimmer, anstatt besser. Ich sag, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.